Was ist Acid-Reflux-Halsschmerzen? Acid-Reflux-Halsschmerzen ist ein Zustand, der aus extremen Fällen von saurem Reflux resultiert. Sauerer Reflux ist ein Zustand, der auftritt, wenn Magensäure wieder in die Speiseröhre gelangt und Schmerzen verursacht. Kommt die Säure zu weit, kann sie in den Rachen gelangen und Schäden und Schmerzen verursachen? Um Halsschmerzen durch sauren Reflux zu lindern, sollte eine Person Wasser trinken, gurgeln, versuchen, kalte Speisen zu sich zu nehmen und Medikamente gegen sauren Reflux verwenden. Sauerer Rückfluss ist eine allgemeine Bedingung, die viele Leute jedes Jahr beeinflusst. Da es so häufig ist, haben immer mehr Menschen auch mit sauren Reflux-Halsschmerzen zu tun. Wenn der Muskel, der Säure im Magen halten soll, nicht richtig funktioniert, kann Säure zurück in die Speiseröhre gelangen. Da nichts die Säure davon abhält, weiter zu wandern, kann sie sich bis in den Hals fortsetzen. Dies ist, was saurem Reflux-Halsschmerzen verursacht, und es können sehr schmerzhaft sein. In vielen Fällen stellen Einzelpersonen fest, dass sich dieser Zustand nach dem Aufwachen verschlechtert. Im Allgemeinen verschlechtert das Niederlegen den sauren Rückfluss als normal. Beim Ablegen kann die Magensäure leichter in die Speiseröhre und auch in den Rachen gelangen. Manchmal leiden Menschen an dieser Art von Halsschmerzen, ohne dass sie auch Sodbrennen bekommen. Der Umgang mit diesem Problem kann sehr schwierig erscheinen. Viele Menschen versuchen eine Reihe von verschiedenen Mitteln ohne Erfolg. Manche Menschen verwechseln diese Art von Halsschmerzen mit einer anderen Erkrankung, wie einer Erkältung. Wenn eine Person unter saurem Reflux leidet, sollte sie versuchen, so viel Wasser wie möglich zu trinken. Das Wasser kann helfen, die Säure zu verdünnen und sie weniger schmerzhaft zu machen. Ein weiterer Trick, den jeder ausprobieren sollte, ist Gurgeln. Der Versuch, mit warmem Salzwasser zu gurgeln, kann dieser Art von Halsschmerzen erheblich helfen. Oft hilft es auch, kalte Speisen wie Eis zu essen, um den Hals zu beruhigen. Ease-Chips zu essen, ist eine weitere Idee, die vielen Menschen Erleichterung verschaffte. Wenn eine Person an saurem Reflux leidet, sollte sie den Rat eines Arztes einholen. Ärzte können Medikamente verschreiben, die eingenommen werden können, um die Symptome des sauren Rückflusses zu begrenzen. Es gibt auch einige oberte Countermittel, die verwendet werden können, um mit den Schmerzen umzugehen, die mit saurem Reflux einhergehen. Diese Lösungen können sehr effektiv sein und auch bei sauren Reflux-Halsschmerzen helfen.